Was braucht man, um erfolgreich zu sein in deinen Augen? Beziehungsweise, was sind wirklich deine, wie ich gesagt habe, five pillars of success? Ob das jetzt ethisch korrekt war, ob das legal war und was auch immer, so sei jetzt dahingestellt. Diese Leute haben aber im Endeffekt durch den Staat extrem viel Geld verdient. Du siehst die Welt nicht so wie sie ist, sondern so wie du bist. Und das musst du realisieren. Und das heißt... Wo kam dieser unconditional belief in dich selber her? Hast du vorher schon irgendwelche Erfolge gemacht, wo du dir selber bewiesen hast vielleicht? Und gesagt hast, ey, ich kann alles machen. So, wo kam das her? Diese ganzen negativen Ereignisse in meinem Leben, die mich übelst geprägt haben, die mich fast dazu gebracht haben, Schluss zu machen in dem Sinne. Hatte ich einen starken Autounfall gehabt und ich war Beifahrer. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir... Du brauchst nicht den Lonnie Wolf spielen. Du brauchst nichts zu tun, als wärst du der biggest hustler. Und ich gehe drei Uhr nachts alleine joggen und so weiter. Also das wird dich alles nicht voranbringen, weil Leute wollen dir den Dream verkaufen. Aber nicht die Realität. Keiner bringt dich dazu, selber zu denken. Keiner bringt dich dazu, deine eigene Individualität auszuleben. Keiner bringt dich dazu... Alle wollen, dass du so bist wie sie. Du willst einfach mal Geld haben. Dann hast du diese ganzen Braindead-Seelenlosen-Puppen um dich herum. Voll gespritzt, die dann rumlaufen wie keine Ahnung was. Und du denkst dann, du bist der größte Macher. Die sind aber einfach nur mit dir wegen Geld. Wo ist dieses Retirement-Glück? Wo ist dieses... Du schaust zurück mit einer Person, mit der du alles aufgebaut hast. Und realisierst, wie weit ihr gekommen seid zusammen. So, was geht ab, Freunde? Willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Nick Halmikow. Mein Name ist Pano. Genau, ganz easy. Kann sich auch selber vorstellen. Ja. Early Birds. Wir haben ganz früh. Für uns geht es gleich nach Deutschland. Dort müssen wir ein paar Dinge erledigen. Also haben wir ein paar Stunden Flug. Haben uns dann nochmal entschieden, jetzt einen Podcast einfach mal abzufilmen. Genau. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Und wir starten einfach mal sofort rein. Und ich frage dich, hast du Bock auf Deutschland wieder? Ja, habe ich Bock auf Deutschland? Ich sage mal so, Deutschland an sich, das Wetter ist natürlich ordentlich kälter als hier. Aber was man natürlich auch sagen muss, wenn man in Deutschland ist, ist der Grind natürlich auch wieder. Man ist locked in. Das ist so in Deutschland, was ich immer feststelle wieder. Wenn man in Deutschland ist, man hat nichts anderes zu tun, außer, okay, man ist drin. Wetter ist eh ass. Das heißt, du kannst eh nichts anderes machen, außer grinden. Das ist das, was in Deutschland ganz cool ist. Man ist immer locked in. Und jetzt vor allem auch zur Winterzeit. Winterark. Genau, die Winterark hast du gerade schon angeschnitten. Und ja, das heißt, man ist locked in, man hat Fokus und man kann halt wirklich wieder ordentlich an Arbeit wegballern. Ja, für mich ist es ungefähr dasselbe. Also wenn ich immer wieder in Deutschland bin, ist es im Endeffekt einfach nur, sage ich mal, es verändert sich nicht viel. Ob ich hier bin, ich arbeite. Ob ich in Deutschland bin, ich arbeite. Ob ich in Timbuktu bin, ich arbeite. Nur halt fällt es einem, sage ich mal, leichter, nicht den alltäglichen Verlockungen zu verfallen, weil du halt eben viel, viel weniger Möglichkeiten hast. Genau. Und ja, weil wir auch mit vielen deutschen Kunden ja zusammenarbeiten, ist es auch, sage ich mal, da immer sehr arbeitsorientiert, wenn wir dort sind. Genau, auf jeden Fall. Viele Termine, immer viel unterwegs. Und deswegen, sehr, sehr geil, was das angeht. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich da bin, halt einfach durch diesen Grind auch interaktiv mit den Menschen. Du bist es eher weniger, du bist eher so ein bisschen so, du machst ein bisschen die ganze Hintergrundwork, du enjoyst ein bisschen live, du lebst, ich mit Charlene ja zusammen und so weiter dann. Aber in Deutschland ist es dann auch immer mehr interaktiv mit den Leuten. Genau. Hinter den Kulissen, am Talk, mach es so, hier ist das und dies und jenes. Es ist auch immer wieder geil und macht einfach Spaß. Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, und wir haben uns für diesen Podcast etwas überlegt und zwar, was braucht man wirklich, um erfolgreich zu werden? Was braucht man wirklich, um Erfolg zu haben im Leben? Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was sind deine Five Pillars of Success? Und dann kannst du einfach mal so weit ausholen, wie du willst, um einfach so viel Knowledge wie möglich zu spitten, damit die Leute einfach lernen können, damit die Leute realisieren, worauf es wirklich ankommt. Es gibt die Leute, die erzählen ja immer einem was vom Pferd, setz dich hin und meditiere sechs Stunden am Tag, mach dir morgens früh dein Hafer-Punkt. Genau, morgens gut tief. Genau. So, aber das ist alles, sage ich mal, Fugazi. Und deswegen musst du mal jetzt, Buddha bei der Fische, was braucht man, um erfolgreich zu sein, in deinen Augen? Beziehungsweise, was sind wirklich deine, wie ich gesagt habe, Five Pillars of Success? Ja, Five Pillars. Ob es jetzt wirklich Five Pillars sind, weiß ich noch nicht, weil es gibt auf jeden Fall manche Sachen, die sind sehr essentiell. Und das ist natürlich als erstes Durchhaltevermögen, weil egal, was du machst, du musst immer am Ball bleiben. Immer Consistency. Na, sagt man ja, Consistency ist key. Und im Endeffekt, egal, was du machst, du musst immer durchziehen, immer weitermachen. Und halt wirklich tagtäglich show up and do the work, nach dem Motto. Und das ist wirklich so der essentielle Knackpunkt, an den es ankommt, denn geht es dir mal schlecht, du hast einen schlechten Tag, egal. Show up und let's go, nach dem Motto. Ist auch. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding. Und dann natürlich auch immer weiterentwickeln. Besser werden in deinen Skills, das heißt, okay, du hast jetzt irgendein Skillset gelernt, das heißt jetzt aber nicht, dass du den perfekt beherrschst. Selbst wenn du den perfekt beherrschst, in einem Jahr gibt es schon wieder neue Sachen, die du dazulernen kannst und dann auch sozusagen weiter optimieren kannst dein Workflow. Das heißt auch da, entwickle dich stets weiter. Guck nach neuen Möglichkeiten, dein Arbeitsworkflow sozusagen zu optimieren oder halt neue Sachen hinzuzufügen. Ja, 100%. Da greife ich einfach mal ganz kurz ein, damit jetzt nicht einfach alle durchgegrindet werden. Dieses Thema mit, dass du sowieso immer besser wirst. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, vor drei Jahren habe ich gedacht, ich bin ein guter Sprecher, ich kann sehr, sehr gut sprechen. Vor einem Jahr haben wir Videos recordet und gesagt, boah, Digga, gut gesprochen und wir werden trotzdem besser. Wir schauen uns die Videos aus der Vergangenheit an, wir schauen uns den Content aus der Vergangenheit an, wir schauen uns den Content aus der Vergangenheit an, den wir produziert haben, für uns oder für andere. Und sehen schon, sage ich mal, auf einer gewissen Art und Weise dieses extreme Level-Up, in dem wir selber Cringe verspüren. Genau. Alter, wie haben wir das gemacht oder was war das für eine Production oder was war das, was war das ein Low-Key-Cringe, so kann man sich nicht angucken. Und das ist auch immer so ein Thema, wenn du dir die Sachen von früher nicht anguckst und du kannst nicht sagen, so Cringe in Anführungsstrichen, es ist nicht direkt Cringe, aber Cringe von dem Level her, von dem man jetzt ist und vergleichsweise mit dem, was man früher halt war, ist es halt so, ich hätte es jetzt viel besser machen können. Auf jeden Fall. Und das ist das Thema, was, sage ich mal, sofort auf Erfolg, sage ich mal, wieder zu spiegeln ist, weil du halt einfach reflektieren kannst und siehst, ey, letztes Jahr war es so oder vor ein paar Monaten war es so, jetzt ist es anders. Ich habe so viel dazu gelernt, ich würde das jetzt komplett anders machen, ich würde dies so machen, das so und das so und das so. Und das ist, wenn du deine alten Sachen anschaust, dass du denkst, Alter, ich bin so viel besser jetzt geworden. Auf jeden Fall, ja. Und das ist es, ne, 100 Prozent, genau, kannst du fortführen. Ja, das Nächste ist auch, open-minded sein, denn wie viele Leute gibt es, die, keine Ahnung, vielleicht schon 20, 30 Jahre im Business sind, aber jetzt sozusagen an dieser neuen Technologiewelle, die kommt durch AI und Sonstiges, ja, einfach scheitern, weil die einfach nicht mehr klarkommen, weil die halt so engstinig sind und sagen, das, was vor zehn Jahren funktioniert hat, wird auch heute noch funktionieren. Nein, tut's nicht. Man muss wirklich open-minded sein, wenn jemand, sagen wir mal, krasseres reinkommt und sagt, ey, das funktioniert jetzt so und so, die Zeiten haben sich geändert, dann muss man, wie gesagt, offen genug sein, auch Änderungen anzunehmen und das auch zu adaptieren. Ja, weil, wie gesagt, wenn du stehen bleibst und das anwendest, was vor 20 Jahren funktioniert hat, dir hat dann viel Spaß in den nächsten zehn Jahren, das immer noch erfolgreich umzusetzen, wird nicht funktionieren. 100 Prozent und auch open-minded gegenüber Möglichkeiten sein. Ja, das heißt nicht so, sage ich mal, ich bin jetzt ein, ich nehme mal ein gernees Beispiel, das ist halt einfach so ein lokales Business, sage ich mal so, ich bin Bauunternehmer oder was auch immer oder ich habe ein lokales Kiosk und das ist das Einzige, was ich fahre und ich bin nur eingeschränkt darauf, aber sei doch open-minded. Du findest doch sicherlich noch ein, zwei, drei Stunden am Tag, die du investieren könntest in irgendetwas anderes, was dich weiterbringt anderweitig. Ich weiß nicht, ob es dann beispielsweise das Long-Term-Investen ist, in ETFs sogar, weiß ich nicht, beispielsweise oder ein bisschen was in Krypto oder Trading lernen nebenbei oder was auch immer es ist. Sei open-minded und denk nicht einfach nur mit einer Scheuklappe nach vorne, du hast jetzt diese eine Möglichkeit und du bist beschränkt auf diese eine Möglichkeit, du kannst alles machen. Du kannst auf jeder Zeit, sage ich mal, dein Business switchen, wenn du, sage ich mal, Veränderungsbedarf hast, dass du dich verändern möchtest, dass du vielleicht unzufrieden bist mit deinem Business, es macht dir nicht Spaß oder es ist nicht profitabel genug für dich und so weiter und so fort. Du bist nicht beschränkt auf diese eine Schiene. Du kannst immer weitergehen und du kannst es auch immer ausweiten. Als Beispiel, du bist ein erfolgreicher Bauunternehmer und du könntest theoretisch gesehen, so dumm gesagt, aber könntest Leuten dabei helfen, ihr Bauunternehmen aufzuziehen. Du könntest deine Strategien teilen, öffentlich. Du könntest dadurch eine Personal Brand aufbauen, hast dadurch mehr Reach, gewinnst dadurch wiederum mehr Kunden, könntest dadurch dein Unternehmen größer machen, könntest, keine Ahnung, sage ich mal, ein Bauunternehmer-Coaching verkaufen oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man da fahren kann, aber die Leute sind halt einfach festgefahren immer an dieser eine Schiene und weil sie dann in der Gesellschaft diesen Status haben, ey, ich bin selbstständig, ey, ich bin Unternehmer, denken diese Leute meistens gar nicht daran, weil sie denken, oh, ich habe schon alles, aber ich kann nicht zwei Unternehmen gleichzeitig führen, ich kann nicht drei Skills gleichzeitig haben, ich kann nicht vier Sachen gleichzeitig machen, das funktioniert nicht. Ich bin nur Unternehmer, ich bin diese eine Sache genauso wie ein Arbeitnehmer, nur einen Job hat und wenn er dann noch einen Nebenjob hat, dann auf Krampf so gesehen, aber als Unternehmer sieht es anders aus. Wenn du ein Bauunternehmer bist und du hast Leute, die auf den Baustellen rumhopsen, dann kannst du ja theoretisch gesehen noch mehr Leute einstellen, dann hast du noch mehr Zeit und kannst dich wiederum auf andere Sachen fokussieren und so weiter. Es ist halt einfach nur noch eine Frage von, wie viel Zeit hast du und wie viel Zeit machst du dir selber frei. Wenn du selber die Buchhaltung führst, dann stellst du jemanden ein, der die Buchhaltung macht und sparst dadurch fünf Stunden die Woche beispielsweise und diese fünf Stunden die Woche kannst du wiederum anders einsetzen. Und das ist halt das Ding auch da, open-minded zu sein, Möglichkeiten sehen und wie beispielsweise auch, ja, wo die Leute jetzt in der Corona-Zeit extrem viel Geld verdient haben mit den ganzen Testzentren und so weiter, haben die Leute im Nachhinein gesagt, boah, hätte ich das auch gemacht und was auch immer. Ja, die Leute waren open-minded und haben sich angepasst und gesagt, ey, ich mach das jetzt einfach. Die, die es gemacht haben und damit dann, sag ich mal, extrem viel Geld verdient haben. Ob das jetzt ethisch korrekt war, ob das legal war und was auch immer, so sei jetzt dahingestellt. Diese Leute haben aber im Endeffekt durch den Staat extrem viel Geld verdient und die haben diese Möglichkeiten gesehen und haben die für sich genutzt, während andere Leute abgekackt sind und gedacht haben, oh, fuck, hier, Lockdown und ich kann nicht und ich bin depressiv und dies und blau und jenes. Aber die anderen haben diese Gelegenheit einfach genutzt und da ist dann einfach wieder eine Perception of Reality. Wie siehst du die Welt? Wie siehst du die Situation, wie sie gerade ist? Eine negative Situation ist nicht sofort negativ. Du kannst deine positiven Sachen immer daraus ziehen, wie die Leute es da getan haben. Das ist das beste Beispiel. Ja, genau. Siehst du dich in dieser Situation als Opfer oder nutzt du die Situation, um halt das Beste daraus zu machen? Das ist ebenfalls so eine Sache. Und auch dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das passt nämlich ganz gut. Denn jeden Rückschlag, den man auf dem Weg zum Erfolg sozusagen erleidet, sollte man sozusagen als Möglichkeit sehen, daraus auch zu lernen. Das heißt, lern aus deinen Fehlern, egal was du machst. Selbst wenn das jetzt ein krasserer Rückschlag ist, okay, akzeptiere das. Man kann nichts mehr machen. Es ist vorbei. Aber nimm die Situation, lern daraus und dann im nächsten Mal, wenn du wieder so eine ähnliche Situation facet oder es gar nicht erst dazu kommen lassen, ist natürlich das Beste. Dass du aber dann, wie gesagt, besser daraus handeln kannst und dann im Endeffekt besser performen kannst. Genau. 100 Prozent. Und auch da, eine gute Business Lesson ist halt nicht einfach nur das Problem zu lösen. Als Beispiel, weiß ich nicht. Oh ja, ich habe gerade zu wenig Leute, die ich für meine Baustellen habe. Ein Beispiel bei Unternehmer. Ich habe gerade zu wenig Leute für meine Baustellen. Ja, dann musst du halt dafür sorgen, dass du mehr Leute hast. So, nächstes Mal, ich kriege jetzt wieder fünf Aufträge rein und ich nehme alle an. Ich habe aber immer noch, ich habe zehn Leute. Mit diesen zehn Leuten behandle ich gerade ein, zwei Baustellen. Ich kriege drei neue und oh shit, jetzt ist übelst Zeitdruck und so weiter. Ja, dann hol mehr Leute dazu. Hol temporäre Arbeiter oder was auch immer. Es ist handellösungsorientiert und proaktiv, dass wenn du in Zukunft in solche Situationen kommst, dass du sofort die Lösung parat hast. Beziehungsweise, dass dieses Problem in Zukunft überhaupt nie wieder auftreten könnte. Weißt du, nicht einfach nur das Problem im ersten Moment lösen, sondern auch solche Prozesse auffahren, Systeme aufbauen, dass dieses Problem in Zukunft auf Knopfdruck gelöst werden kann. So, und das ist auch extrem, extrem wichtig. Egal, was es ist. So, wenn du nicht die Möglichkeit hast, kann ich mal eine Welle von Leads zu füllen, dann musst du Systeme aufbauen, dass du es in Zukunft schaffst. So gesehen, weil es geht immer. Also, es gibt nicht zu viel Arbeit, es gibt nur zu wenig Möglichkeiten, die man dafür in Betracht zieht, so gesehen. Oder beziehungsweise zu wenig Möglichkeiten, die man für sich selber nutzt. Das heißt, man ist eingeschränkt in der Denkweise, oh nee, ich will nicht neue Leute einstellen. Oh, ich will nicht dies, ich will nicht das. Aber warum denn? Weißt du? Weil im Endeffekt, das spiegelt sich ja alles wieder. Dann hast du wiederum mehr Zeit. Also, das dreht sich ja alles im Kreis. Du hast dann wieder mehr Zeit, du holst mehr Leute. Dadurch hast du dann mehr Aufträge beispielsweise. Oder du hast mehr Aufträge, holst mehr Leute, verdienst mehr Geld. Auch wenn du dann mehr abgibst und deine Mitarbeiter dann natürlich bezahlen musst und so weiter. Ist ja scheißegal, selbst wenn du dann nur, keine Ahnung, 10% mehr verdienst. Du hast aber keinen Aufwand, weil du holst ja im Endeffekt nur die Leute und musst dann halt die Leute managen und so weiter, klar. Aber du hast im Endeffekt trotzdem mehr Geld. Und du hast mehr Profit und du hast mehr Arbeit, deine Firma läuft besser und so weiter. Genau. Wobei man natürlich dabei achten muss, dass man halt nicht die Quantität vor die Qualität schraubt. Das ist sowieso, klar. Das heißt, dass man darauf achtet, dass man dann auch ordentliche Leute einstellt. Nicht Hauptsache Leute rein, rein, rein. Und die machen dann Fusch beim Bau. Genau, 100%. Also das ist natürlich sowieso. Das, denke ich mal, sollte aber jedem auch bewusst sein. Wenn du kein gutes Produkt hast oder wenn dein Service nicht gut ist, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Unternehmen nicht läuft und so weiter. Genau. Genau, aber das ist halt ein Problem. Viele Leute, die wirklich gute Unternehmer sind, gutes Produkt haben und so weiter, aber dann letztendlich dann noch scheitern. Dass sie halt eben so eingeschränkt in der Denkweise sind und nicht so gut in der Problemlösung sind und so weiter. Die können sich gut auf eine Sache fokussieren, bräuchten aber Unterstützung in der anderen Seite so gesehen. Wie handle ich die Mitarbeiter oder wie stelle ich das an? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Genau. Das heißt, du bist in einer Tätigkeit gut, aber bist halt eingeschränkt, weil du dich nicht weiterbildest oder keine anderen Möglichkeiten aufziehst, wie du dann deine anderen Probleme löst, die sowieso mit dem Unternehmer-Dasein kommen. Wie beispielsweise holst du dir einen Steuerberater, anstatt die Steuern selber zu machen. Als Beispiel. Dann hast du weniger Kopfschmerzen, weil der Steuerberater macht das für dich. Wenn du einen guten hast, macht er das natürlich auch gut und ordentlich für dich. Besser, als du es selber machen könntest. Dadurch sparst du wiederum mehr Geld oder was auch immer es ist und hast mehr Zeit. Aber die anderen Leute, die dann sparen wollen und ein bisschen eingeschränkt sind, denken, ich mache das selbst. Genau, das ist auch ein Riesenthema. Und noch zuletzt, eins kommt noch. Eins kommt noch. Jetzt haben wir vier durch. Genau, was hatten wir jetzt? Durchhaltvermögen. Genau. Open-minded sein. Richtig. Aus Fehlern lernen. Ein Leben langes Lernen, wie du es gerade gesagt hast, schon. Aus den Fehlern lernen und so weiter. Aber extrem wichtig ist nicht nur aus Fehlern lernen, sondern auch in Situationen, wo alles gut läuft. Trotzdem weiterzumachen. Nicht sich auszucken. Das ist ein extrem großer Punkt, dass du nicht einfach aufhörst, nach mehr zu streben. Dass du nicht aufhörst, weil du hast jetzt beispielsweise jeden Tag deine 50 Seiten gelesen und dich weitergebildet und an deinem Business getüftelt und dein Business verbessert und so weiter. Und entscheidest dich aber dann dazu, wenn dein Business dann läuft oder das macht dann 10k Monat, 50k Monat, 100k Monat, je nachdem, welche Prioritäten du dir selber für dein Unternehmen und dich selber setzt. Und hörst dann auf einmal auf zu grinden, weil du bist bequem. Ich wollte sagen humble, aber humble ist es nicht, sondern bequem. Genau, bequem. Wenn du aufhörst, hörst du auf, nach mehr zu streben. Es geht nicht nur nach mehr Streben im Thema Geld, sondern auch Wissen und so weiter. Fortschritt und Entwicklung. Stichwort hier, das, was ich so extrem verfolge. Werde die auch schon hundertmal natürlich alle gehört haben. Du genauso, du kennst mich. Ich praise das komplett weit oben. Ich könnte mir fortschritt und Entwicklung auf die Stirn tätowieren. Und dass die Leute das dann weiterhin verfolgen, weil wenn du dich nicht weiterentwickelst, ist es in der Welt heutzutage so, wir gehen ja vom Standpunkt jetzt aus. Du bist jetzt on point. 10 Jahre von jetzt und du bist an dem Punkt, wie du jetzt gerade war, stehen geblieben. 10 Jahre, wo bist du dann? Du bist weiter hinten. Das heißt, Stillstand heißt Rückstand. Wenn du dich aufhörst zu entwickeln, fällst du zurück. Und das ist ein extrem großes Thema, wo dann die meisten Leute auch daran scheitern, weil sie zu bequem werden. Sie hören auf zu grinden, sie hören auf zu arbeiten, sich zu entwickeln, sie hören auf besser zu werden, sie hören auf zu tüfteln. Das Feuer ist weg, weil man halt die Bequemlichkeit durch diesen finanziellen Erfolg dann auch erreicht irgendwann mal. Und das heißt, egal ob du dann 10k im Monat verdienst, 100k im Monat oder egal wie viel, du musst irgendwann mal, nicht irgendwann mal, du musst konstant dich damit beschäftigen, dich trotzdem weiterzuentwickeln. Außer du entscheidest dich dann dazu, zu retiren und sagst, okay, I'm done. Aber selbst dann, lern weiter. Was gibt es denn mehr als Lernen? Was gibt es denn mehr als gute Gespräche im Leben? Was gibt es denn mehr als Austausch? Es existiert nicht mehr im Prinzip. Das ist auch der Grund, warum Podcasts jetzt, wie wir es hier gerade abfilmen oder die Talking-Videos und so weiter, warum diese Videos immer populärer werden, weil die Leute immer mehr dahin finden. Es ist nicht mehr dieser ganze Flex und hier und Lambo und Porsche Cayman S und komm und kauf so, sondern wir sind im Informationszeitalter angekommen, wo die Leute ein bisschen aufgewacht sind und sowas mehr appreciaten. Das Wissen, das Knowledge, der Fortschritt, der Grind. Die Leute fangen an, den Prozess zu lieben, weißt du? Und jeder hat Hoffnung, jeder ist optimistisch geworden. Die ganzen Nachrichten sind gepraised worden und die Nachrichten wurden auch tatsächlich mal angenommen. Wenn wir fünf Jahre zurückgehen, da war immer noch alles, das ist verarschend, das ist Scam und wäre es so ein Podcast gewesen, hätten sich die Leute, sag ich mal, nur über dich, hätten die Leute dich theoretisch gesehen nur gehatet und so weiter, wenn du den Leuten erzählt hättest, so wirst du erfolgreich. So, jetzt ist es aber anders. Jetzt versuchen die Leute, das anzunehmen. Du bist eine Inspiration und du bist dies. Ich kriege ja die Nachrichten selber, genauso wie ich die Nachrichten unter anderen Videos sehe von Leuten, die Podcasts abdrehen und so weiter. Und das ist auch ein guter Switch. Das ist, sag ich mal, eine Möglichkeit heutzutage, dass auch überhaupt so viel Information geboten wird von Leuten, die weiter sind als einer selbst, dass man einfach extrem viel lernen kann und man das für sich selber nutzen sollte. Auf jeden Fall. Genau, das heißt, ein Leben lang lernen, egal in welcher Situation, Informationszeitalter hat sich geändert, dass wir jetzt nicht nur mit Müll zugebabbelt werden, sondern auch sehr, sehr viel positive, sag ich mal, Informationen abkriegen können und sehr, sehr viel lernen können. Und vielleicht liegt das auch nur daran, weil ich in dieser Bubble bin. Das wird auch ein großes Thema höchstwahrscheinlich sein. Aber das, was keiner abstreiten kann, ist, dass solche Sachen wie so ein Podcast beispielsweise, der sich ums Thema Erfolg, Psychologie und so weiter dreht, dass der einfach viel mehr Reichweite und viel mehr Plattformen kriegt. Das ist Fakt. Die größten Podcasts der Welt heutzutage drehen sich immer um solche Themen. Außer politische Themen. Politische Themen sind natürlich extrem groß, weil es die generelle, also die gesamte Gesellschaft betrifft. Genau. Aber die Erfolgspodcasts oder Erfolgsstories und so weiter werden immer größer geschrieben. Damals war ein Podcast mit 10K-Views, heute ist ein guter Podcast mit einer Million Views beispielsweise. Und so sieht es dann halt aus. Und das freut mich auch, weil da dieser Shift kam und die Leute verstanden haben, das, was mir aber ein bisschen, sag ich mal, Angst macht, ist, dass dieser Gap zwischen den Erfolgreichen beziehungsweise den Leuten, die sich mit Themen wie wir gerade besprechen oder andere Leute in unserer Nische sich mit beschäftigen, dass diese Leute so extrem weit vorne sind beziehungsweise so extrem weit entfernt von der anderen Gesellschaft ist. Also wenn ich es einfach mal vergleiche, wenn ich jetzt einfach beispielsweise in mein altes Fitnessstudio gehe, wo ich meine ganze Jugend übertrainiert habe und ich dann Leute sehe vom Frühjahr, nicht Freunde, sondern generell Leute, weil da gehen seit gefühlt zehn Jahren dieselben Leute trainieren. Und ich höre mir an, worüber die sprechen und so weiter. Dann ist es halt einfach so, dass man wiederum mit der Realität konfrontiert wird und versteht, okay, es ist nicht alles so, wie es scheint für mich selber, weil ich in meiner eigenen Bubble lebe und weil ich so heftig von der Außenwelt abgeschotten bin. Man distanziert sich ja auch von dieser Welt so mäßig, damit man damit einfach nichts zu tun hat, weil wie gesagt, man ist in seiner eigenen Bubble, man strebt immer noch weiter nach Fortschritt. Und wie gesagt, dann hat man einfach viel weniger mit diesen Leuten zu tun, was jetzt nicht unbedingt negativ betrachtet werden soll. Aber es ist einfach, wie gesagt, man ist für sich selber, man möchte weiterkommen und dementsprechend isoliert man sich davon und macht weiter. Genau, genau, genau. Ja, gut. Ein Leben lang lernen, extrem wichtig. Genau. Das nächste Thema ist auf jeden Fall sehr wichtig zu verstehen. Das geht auch wieder ein bisschen übergreifend in so Thematiken wie aus Fehlern lernen und so weiter. Aber du siehst nicht die Welt so wie du bist, du siehst nicht die Welt wie sie ist, sondern so wie du bist. Das heißt, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Limitierungen, deine eigenen Glaubenssätze und so weiter formen deine Realität. Wenn ich dir sage, dass so, dass es, keine Ahnung, mit Wasserflaschen verkaufen, dass man damit Millionen machen kann, ist es in meiner Realität so und ich würde es umsetzen können. Und wenn du aber nicht davon so überzeugt bist wie ich, scheint es für dich, als wäre es nicht so. Das heißt, man muss es sehr, sehr gut verstehen und differenzieren können. Was sind meine eigenen Glaubenssätze, was ist meine eigene Realität und wie sieht die Realität anderer aus? Und sollte ich diese Realität von anderen Leuten sofort in meinen Verstand rein integrieren oder sollte ich erstmal darüber nachdenken und schauen, aha, okay, warum ist das so? Warum denkt diese Person so? Warum denkt diese Person, dass mein Business scheiße ist? Warum denkt diese Person, dass das Scam ist und so weiter? Und das ist das, was die Leute für sich realisieren sollten, dass egal was es ist, jemand anders, also wenn du etwas negativ siehst, jemand anders wird es positiv sehen. Also, Extrembeispiel, wenn du sagst, jemanden umbringen ist schlecht, beispielsweise, wird ein Mörder sagen, nein, es ist nicht. Und das ist so ein Extrembeispiel von, du siehst die Welt nicht so wie sie ist, sondern so wie du bist. Und das musst du realisieren. Und das heißt, warum solltest du dann deinen Verstand mit Negativität füttern? Warum solltest du deinen Verstand mit schlechten Dingen füttern? Warum solltest du deinen Verstand mit etwas füttern, was dich selber limitiert? Und das ist ein, sag ich mal, ein Punkt, wo die meisten Menschen dann daran scheitern, weil sie sich auch zu sehr dann von der Gesellschaft, von deren Umfeld leiten lassen. Weil es einfach, man kennt es einfach, ich kann es nur gut, sag ich mal, widerspiegeln, wo ich damals dann auf der Arbeit war und mich hingesetzt habe und dann mein erstes Buch gelesen habe, die Forex-Bibel oder so hieß das, Essbuch, dass die Leute dann da kommen und mich belächeln. Und mir sagen, was machst du für einen Müll, was für einen Scheiß, oh, Bücherwurm, in ein paar Jahren bist, wenn du Millionär bist, dann, ja, keine Ahnung, schenkst du mir ein Auto oder was auch immer so dumme Sprüche halt einfach. Und das hat gehittet, so in dem Sinne, weil man hat das bis zu einem gewissen Grad natürlich zu seiner eigenen Realität angenommen. Vor allem, wenn man etwas jünger ist und dann kommt ein, sag ich mal, älterer zu dir. Natürlich hatte ich unconditional, also so kompletten Belief in dieser Sache drin. Also für mich gab es kein, schaffe ich das überhaupt? Ich schaffe es zu 100%. Das mache ich, also das habe ich schon mein Leben lang immer verfolgt und das verfolge ich auch weiterhin. Das ist auch meine Erfolgsformel, dass ich selber einfach einen übelsten Belief habe in mich selber, in meine Fähigkeiten. Ich weiß, ich kann alles machen, was ich möchte. Ich weiß, ich schaffe alles, was ich will. Aber trotzdem hittet es und trotzdem bringt es einen zum Nachdenken, weil du auch vor allem in dieser Situation als Jüngerer auch, sag ich mal, gesellschaftlich getrimmt bist, dass man auf die Älteren hören sollte und so weiter, was auch ein Riesenproblem ist heutzutage. Hör auf die Älteren, dann kommt irgendein 50-Jähriger, der in seinem Leben nichts kriegt und hat versucht, dir was vom Leben zu erzählen. Und ja, die meisten Leute nehmen sich das dann zu Herzen, vor allem, wenn du mental ein bisschen schwächer bist und fängst dann an, das in deine Realität zu integrieren und du wirst wie diese Person. Aber willst du wie diese Person sein? Willst du wie der 50-Jährige Dirk sein, der da seit 30 Jahren an der Maschine steht, schon halbhirntot ist? Höchstwahrscheinlich nicht, genau. Höchstwahrscheinlich nicht, weißt du? Und ja, wie gesagt, das hittet und natürlich ist es schwer, dann trotzdem diesen Belief zu haben, sag ich mal, weil du so oder so ja nicht, sag ich mal, in dem Moment schon erfolgreich bist. Und du auch noch nicht den handfesten Beweis hast, dass es überhaupt funktioniert, weil du immer noch denkst, du bist vom Leben geplagt, weil du immer noch denkst, die Reichen werden reich geboren oder haben Glück oder machen irgendwelche illegalen Dinge, verarschen, Leute betrügen und so weiter. Und dann den Belief zu halten ist schwer. Das ist extrem schwer, aber das sollte trotzdem da sein. Weil im Endeffekt, das ist ja dieser Glaubenssatz, der von klein auf eingetrichtert ist. Die Welt ist unfair, die Reichen sind reich, die bleiben reich, du wirst es niemals schaffen. Im Endeffekt, diesen Belief zu switchen, ist halt sehr schwer. Aber jetzt habe ich gerade eine Frage an dich und du hast ja gerade gesagt, du hast diesen Unconditional Belief in dich selber, dass du es auf jeden Fall schaffen wirst. Und du hast gesagt, du hast gerade angefangen mit Forex, du hast gelesen, Forex, Bibel und alles und hast ein negatives Feedback von außen bekommen. Ja, was machst du da, es macht keinen Sinn und schaffst du eh nicht oder sonst was. Wo kam dieser Unconditional Belief in dich selber her? Hast du vorher schon irgendwelche Erfolge gemacht, wo du dir selber bewiesen hast vielleicht und gesagt hast, ey, ich kann alles machen? Also wo kam das her? Es kam her und das ist die Nachricht, die ich am meisten praise, weil ich, wie gesagt, diese ganzen Dinge ja selber auch erlebt habe. Ich habe aus meinen negativen Ereignissen in meinem Leben, habe ich immer gelernt und ich bin immer rausgekommen. Das heißt, ob es damals war, wo ich gesehen habe, dass zu Hause häusliche Gewalt ausgeübt wurde, beispielsweise, oder dass ich mit der Hautkrankheit geplagt war und so weiter. Diese ganzen Traumata, die ich erlebt habe, diese ganzen negativen Ereignisse in meinem Leben, die mich übelst geprägt haben, die mich fast dazu gebracht haben, Schluss zu machen in dem Sinne. Diese ganzen Sachen haben mich, sage ich mal, stärker gemacht. So, what doesn't kill, you make us stronger, nach dem Motto. Und ich habe es auch daraus geschafft. Und wenn ich es daraus schaffe, aus den tiefsten Depressionen, das, was kein Geld und kein Dies und kein Jenes kompensieren könnte, wenn ich es daraus schaffe, was ist dann, sage ich mal, Business machen? Was ist dann Geld verdienen? Was ist dann etwas lernen? Weißt du? Das ist ja dieser Lernprozess, den ich durchgegangen bin, nicht aktiv, wo ich mich hingesetzt habe, ein Buch gelesen habe oder was auch immer es ist oder ein Business getüftelt habe, sondern wo ich zu Hause lag und mit meinem eigenen Verstand war und mir selber nicht erklären konnte, warum ich in dieser Situation bin. Dieser Prozess, wo ich konstant, es ist ja immer so, man sieht ja, beispielsweise hast du mich im Gym damals gesehen, ich war am Pumpen und meine Haut war am Bluten. Und die Leute denken, boah, Alter, schlimm. Aber nach fünf Minuten hast du vergessen. Aber ich war 24 Stunden am Tag für Monate lang in diesem Körper so gesehen gefangen und in diesem Verstand gefangen. Und ich war nicht der Typ, der sagt, boah, guck mal, wie es dem geht, guck mal, der Arme und so, sondern ich war der Arme, so gesehen. Man kennt es ja selber, wenn man Menschen sieht, die dann beispielsweise im Rollstuhl sitzen oder sowas, denkt man sich, boah, der Arme, so, ne, Scheiße, warum ist das Leben so unfair nach dem Motto und sowas, ihm gegenüber, bla, bla, bla. Und ich war genau diese Person dann, ne. Und daraus zu wachsen, Gott sei Dank natürlich, ist es immer noch, sag ich mal, pipifax, im Vergleich zu dem, was trotzdem noch auf der Welt existiert ist, natürlich. Dafür bin ich auch dankbar, weil ich dann mir auch immer gesagt habe, es hätte auch noch viel schlimmer sein können. Deswegen sei froh, dass es so ist, wie es ist. Das hat mich stärker gemacht. Das hat mir diesen Unconditional Belief gegeben, dass ich alles machen kann. Wie gesagt, wenn ich aus so einer Depression rausgekommen bin, weil wenn ich aus so einer Situation rausgekommen bin, wenn ich aus solchen Situationen trotzdem gelernt habe, trotzdem noch zu lächeln, trotzdem noch den Menschen in meinem Umkreis etwas Gutes zu tun, nicht mich einzusperren und zu weinen und was auch immer, sondern trotzdem noch am Leben teilgenommen habe bis zu einem gewissen Grad und so weiter. Ne, das war natürlich hinter verschlossenen Türen war die Depression extrem groß. Aber wie man so schön sagt, jemand, der depressiv ist, ist nach außen hin der glücklichste Mensch nach dem Motto. Und das habe ich versucht auch immer so zu kompensieren, weil ich ja auch auf einer gewissen Art und Weise natürlich noch weiterleben wollte. So, aber ich habe es geschafft daraus und das hat mir das gegeben. Also daraus habe ich das gelernt. Und das war nicht nur das einzige Mal, es war schon so gesehen immer im Leben so. Weißt du, ich meine, ich war immer auch so selbst überzeugt von mir, nicht in dem Sinne, dass ich hochnäsig rumgerannt bin, sondern dass ich selber einfach meinen Fähigkeiten bewusst war und ich auch sehr, sehr früh gelernt habe, mich mit meiner eigenen Psyche auseinanderzusetzen, weil ich, wie gesagt, auch früher schon diese Gedanken hatte, wo ich als kleines Kind nach Hause kam und, wie gesagt, häusliche Gewalt ausgeübt wurde, die jetzt nicht unbedingt an mir, sondern Familienmitglieder und was auch immer, wo ich das dann gesehen habe, habe ich mich auch eingesperrt und saß zu Hause. Während sich meine Eltern dann gestritten haben und was auch immer alles abging, saß ich dann in meinem Zimmer und war halt ein Kind und habe nachgedacht und konnte früh genug realisieren. Genauso wie ich früh reif war und schon mit zwölf Jahren mit Leuten abgegangen habe, die 16, 17, 18 waren und so weiter und da auch schon reflektieren konnte und so was und da schon in eine gewisse, sage ich mal, Fluchtsituation geraten bin, dann aber immer gemerkt habe, dass das nicht der richtige Weg ist, weil ich bin gerade zu Hause, habe hier meine Probleme, ich gehe raus, ich chill mit meinen Freunden und hi, hi, ha, ha, alles gut, ich komme nach Hause und ich bin trotzdem im Bett wieder die kleine Bitchi und bin traurig und depressiv und so weiter. Und daraus habe ich dann auch immer weiter gelernt und so weiter. Und wie gesagt, das ist das, wo es her kann. Und das ist die Message, die ich auch immer so rausgebe, dass die Leute das nicht erleben müssen, um zu lernen, dass man selber alles kann. Es ist etwas Krasses, es ist etwas Heftiges, es ist ein Vorteil bis zu einem gewissen Grad, den man hat im Leben, wenn du daraus lernst, weil ich sage, diese Ereignisse mussten in meinem Leben passieren, weil wenn sie nicht passiert wären, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, zu 100 Prozent. Und man sagt ja immer so schön, dass, wie ich gerade gesagt habe, oh, doesn't kill you, makes you stronger, ist ein guter Spruch da, weil viele Menschen gewisse Traumata erlebt haben und da der Switch im Leben kam. Ob es dann bei, sage ich mal, wie viele Erfolgsstories gibt es, wo Leute drogenabhängig waren, sich dann irgendwelche Drogen reingespritzt haben, an der Überdosis fast gestorben sind, auf einmal den Switch gemacht haben und fünf Jahre später extrem wealthy sind, familienreich, glücklich und so weiter, weil sie dort realisiert haben, was abging. Und da kam auch, sage ich mal, ein Szenario bei mir mit ins Spiel. Ich hatte dort damals, wo der ganze Switch kam, hatte ich einen starken Autounfall gehabt und ich war Beifahrer und ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir auf diesen, ja, sage ich mal, auf diesen, ja, sage ich mal, so eine Mauer oder sowas, einen Baum zugefahren sind mit, keine Ahnung, 60 kmh oder sowas, Autos außer Kontrolle geraten und so weiter. Und wir fahren darauf zu und ich hatte gefühlt zehn Minuten Zeit nachzudenken und das wird ja wohl wahrscheinlich dann eine Nahtoderfahrung sein. Und in dieser Nahtoderfahrung habe ich mir dann gedacht, fuck, ich bin, weil dort war damals so diese Zeit, war ich mit Charlene so low-key on-off-Beziehung, mehr oder weniger, weil wir halt noch jung waren und dumm und falsche Prioritäten. Ich war noch im Ghetto gefangen und so weiter, also ein bisschen schlechter. Und habe mir dann gedacht, fuck, ich bin nicht mit Charlene zusammen, das ist die Frau meines Lebens. Ich bin noch nicht Millionär geworden und ich bin noch nicht dies, ich bin noch nicht das. Dann bist du dir erstmal so bewusst geworden, was für ein Potenzial du hast und was du noch nicht ausgeschöpft hast. Richtig, dass ich so, wo gehe ich hin mit meinem Leben? Warum bin ich gerade hier in dieser Situation? Ich sollte das Leben lieber schätzen. Wie, sage ich mal, unverantwortlich oder wie fahrlässig ist das, dass wir jetzt einfach hier, dass ich in einem Auto sitze mit jemandem, wo es einfach regnet und wir dann auf die Idee kommen, mit einem, das war ein 600 PS Auto, dann da irgendwie Vollgas zu geben und so weiter. Warum habe ich nicht vorher gesagt, nein, Alter, mit mir fährst du so nicht beispielsweise? Oder, weil ich habe das ja selber, ich sage nicht, dass die Person schuld ist, aber ich habe ja selber, sage ich mal, meinen Beitrag dazu geleistet, weil ich ja selber auch dieser energische Typ war und das ja natürlich auch cool war und so weiter. Aber dann in dem Moment habe ich dann realisiert, Digga, no fun in games. Das ist Reality. Ich wäre jetzt dead gewesen, so, wenn es schlimmer gekommen wäre. Und ja, das hat im Endeffekt auch einen extremen Switch in mir ausgelöst. Und das war auch wirklich, sage ich mal, der Switch, der das alles ein bisschen in die Wege geleitet hat, dass ich dann auch wieder auf Shalin zugekommen bin und gesagt habe, komm, wir machen so und ich will das, ich will das alles so, wie wir es hatten oder beziehungsweise wie wir es haben wollen in unserem Leben und so weiter. Wir hatten ja davor natürlich darüber schon gesprochen und so weiter. So, ich will das alles, wir müssen zusammenkommen und wir müssen dies, wir müssen das. Du bist die Frau meines Lebens und so weiter. Und so ist es dann alles gekommen. Und deswegen bin ich auch jetzt, sage ich mal, in dieser Beziehung mit Shalin so, weil es war vom Schicksal so gegeben. Nur vorher haben wir es nicht so wahrgenommen, nicht so realisiert. Genau. Aber da hat mir Gott so gesehen, ja, die Backpfeife gegeben und mich in die richtige Richtung gelenkt. Und auch da schon den ersten Funken gegeben, weil ich in dem Moment auch gedacht habe, ich bin noch nicht Millionär, ich bin noch nicht dies, ich kann noch nicht meinen Eltern etwas ermöglichen, ich kann noch nicht dies und braun. Ich kann nichts, ich bin ein Nichtsnutz, so nach dem Motto. Und ja, das war der heftige Switch. Heftiger, heftiger, heftiger Switch. Und by the way, das war ein 600 PS Auto, das war ein Mietwagen. So nicht bevor jetzt Leute kommen und sagen, boah, wie 600 PS Auto, das war ein Mietwagen. Ja, und dann haben wir dann gesagt. Ja, man ist jung, man macht Sachen und genau. Ja, und auf jeden Fall war das der erste Switch. Aber da habe ich noch nicht dieses Millionär und sowas, also beziehungsweise es geht ja nicht, ich sage Millionär, weil ich versuche das eins zu eins wiederzugeben, weil ich natürlich damals gedacht habe, ich will Millionär sein. So jetzt erst mal ein Punkt, so Millionär ist nix. Also das ist jetzt nichts Wildes und nichts Schwieriges zu erreichen. Und ich habe trotzdem nicht angefangen, in dieser Richtung etwas zu tun. Das heißt, Erfolg in meinem Leben anzustreben. Ich habe die Beziehung gepflegt, beziehungsweise, sage ich mal, dann umgesetzt, das, was ich von Gott bekommen habe. Aber ich habe nicht angefangen, mein Leben in diese Richtung auch positiv zu verändern. Das heißt, ich war bis zu einem gewissen Grad mehr oder weniger, also nicht komplett, weil es mich extrem geprägt hat, aber mehr oder weniger immer noch derselbe so. Charakterlich gesehen oder, sage ich mal, ambitionstechnisch gesehen, dass ich immer noch mehr, mehr, sage ich mal, passiver Mensch war. Das heißt, dass du eher von Trieben und dies und blau und jenes kontrolliert wirst, als dass du wirklich Mensch bist und mit deinem eigenen Verstand agierst. und das habe ich dann realisiert, wo ich dann die Hautkrankheit hatte. Nichts Ereignis, bumm, haut rein, schaue mich an, fuck, was geht ab? Du musst jetzt das, weil ich dachte, das ist die Lösung. Und dann, okay, dann habe ich auch das Ziel erreicht und dann wieder dasselbe Spiel. Neues Ereignis, neues Traum am Leben. Ich habe Geld, bumm, ich crash in den Keller. Nicht finanziell, mental. Was ist jetzt? Wohin jetzt? Was geht ab? Und dann wieder realisiert, okay, du wolltest wieder mehr, mehr, sage ich mal, passiver Mensch sein, mehr Triebe, Autos, und dies und da und Geld und flexen und das. Also nicht unbedingt flexen, so der Typ war ich jetzt nie extrem, aber so, dass du mehr materielle Dinge und sowas verfolgst, finanziellen Erfolg und so weiter, aber weniger beispielsweise so diese Freiheit und so weiter schätzt. Einmal den falschen Fokus auf die materielle Gesetz. Genau, dass du dachtest, das wird deine Probleme lösen und ich werde rumreisen und hier und da und das, was man halt sich so immer gedacht hat, wie es dann wirklich ist, so. Und da wieder dann das Loch gefallen, neues Trauma. Und dann dort realisiert, okay, ich bin angekommen. Mensch, Fortschritt, Entwicklung. Durchgehend, konstant, einzige, was dich hält, einzige, was dich glücklich macht. Das bin ich. Und das ist meine Persönlichkeit. Bei jedem ist das anders. Gib einem eine Mille und der Typ, der wird flexen und tun und machen, was er will. Und dann ist er irgendwann wieder pleite, boom, geht broke und, ja, fuck it, back to daily business, so nach dem Motto. Aber so geht das nicht bei mir. Ich kann nicht einfach anfangen, jetzt nur Geld auszugeben und so weiter. Das ist langweilig. Ich könnte jetzt machen. Ich könnte jetzt im Prinzip retiren. Ich könnte jetzt bis zum Ende meines Lebens mir ein Ingenieursgehalt so gesehen auszahlen und dann ist es halt vorbei, so in dem Sinne. Aber, ja, was soll ich denn, was dann? Was soll ich machen? Soll ich im Kreis leben? Soll ich morgens früh aufstehen, meinen Kaffee machen, mit Hund spazieren gehen, danach ins Fitnessstudio fahren, danach mich hinsetzen, ein bisschen chillen an der frischen Luft und dann schaue ich ein bisschen Fußball und gucke ich ein bisschen Fernsehen und dann gehe ich mit mich, mit meinen Freunden treffen und halte mich ein bisschen und dann gehe ich wieder nach Hause und lebe den selben Shit von neu. Das machst du maximal eine Woche und danach ist schon... Ja, deswegen. Also so, bei mir ist es auch so, wenn wir in Urlaub fliegen, also richtigen Urlaub jetzt ohne Grind und so weiter, wo wir sagen, wir schalten ab, gib mir zwei Tage und ich bin schon wieder 24-7 gefühlt am Handy oder so und mache irgendwelche Sachen. Und das ist halt ein Thema. Ja, ist extrem weit ausgeholt, aber daher kam der Unconditional Belief. Interessant, ja. Und das ist auch so eine große Sache. Jetzt, gut, mit der Hautkrankheit, das kann man sich natürlich nicht selber aussuchen, aber jetzt mit so einer Nachdruckerfahrung, wie mit dem Autounfall, man muss es gar nicht so weit kommen lassen. Ja, natürlich nicht. Und im Endeffekt, lerne auch aus vielen Fehler anderer. Ja, hoffentlich. Und das ist auch so eine wichtige, wichtige Sache. Und wenn jetzt hier, Mick, wie du jetzt bist und du erzählst uns sozusagen, was du aus deiner Lebenserfahrung mitgenommen hast und du gibst das sozusagen anderen sozusagen, ey, ich habe das alles durchmachen müssen, damit ich jetzt an diesem Punkt bin und das realisiert habe, was ich euch jetzt mitteile, so, da muss man das auch annehmen können. Richtig. Man muss sich erstmal selber diese Erfahrung machen. Ich meine, bei manchen hilft sich anders. Manche müssen wirklich diese Erfahrung selber machen, um das zu realisieren. Ja. Aber, wie gesagt, man sollte auch aus vielen Fehlern anderen lernen können und das dann auch für sich umsetzen können. 100 Prozent. Sehr, sehr wichtig. Und vielleicht, das, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, ich habe diese Erfahrungen erlebt und ich habe Glück gehabt. Weil ich habe sie überlebt. Genau. So. Ich habe den Autounfall überlebt, ich habe meine Krankheiten überlebt, ich habe meine Depression überlebt, wo ich immer am Kämpfen war, so gesehen, wo es ja auch hätte anders ausgehen können. und wie es bei vielen anderen Leuten vorher schon gemacht hat, ist so gesehen, das ist aber niemals eine Lösung. Jeder, der sich in so einer Situation befindet, sollte sich bewusst sein, dass das ist feige, das ist der schlechtste Ausweg, den man so gesehen machen könnte. Man tut da mit allen Leuten nur was schlecht ist, man tut sich selber auch nichts Gutes und so weiter und das ist einfach ein Waste. Und wenn du sowas tust, bist du meiner Meinung nach einfach nur Abschaum, weil Leute würden für dein Leben, also Leute würden betteln für dein Leben, würden alles tun, um dein Leben zu haben, so gesehen. Aber du schmeißt es weg, so gesehen. Jetzt nicht unbedingt sofort mit dem Extrem-Cut, so gesehen, wie ich gerade gesagt habe, aber vielleicht auch so dann, dass du, ja, sag ich mal, drogenabhängig wirst, anderweitig dir irgendwelche Befriedigungen suchst und abschweifst und negative Dinge tust, die dich im Leben nicht fördern, sondern weiter zurückwerfen und so weiter. Ja, 100%. Und wie gesagt, ich habe überlebt und ich habe den Knall überlebt und wenn irgendwann bei dir der Knall kommt, weil du so weit, sag ich mal, aus der Bahn geworfen wirst vom Leben, holt das Schicksal dich dann natürlich irgendwann mal wieder auf einer gewissen Art und Weise zurück beziehungsweise gibt dir den Stupser, dass du wieder zurückkommst. Aber wer weiß, ob du diesen Stupser überlebst. Ob das dann der Autounfall ist, ob es dann die Krankheit ist, ob es dies, ob es das ist. Wenn du jeden Tag McDonalds frisst und du am Ende dann, sag ich mal, weiß ich nicht, irgendwelche Krankheiten kriegst, ob du Krebs bekommst oder was auch immer es ist, so und du hättest aber schon vor fünf Jahren realisieren können, ey, ich brauche nicht jeden Tag McDonalds essen, weil sonst werde ich in den nächsten fünf Jahren werde ich extrem krank werden, so, dann vielleicht überlebst du den Knall nicht. Und vielleicht wird der Knall dich aber auch vielleicht extrem weit zurückwerfen. Vielleicht wird irgendwas passieren und du wirst dein Leben lang weiterhin Probleme haben, was dich dann einschränken wird und so weiter. Dass du am Ende dein Leben anfängst zu schätzen, wenn du es aber dann schon, sag ich mal, weggeworfen hast oder übelst heftig eingeschränkt wirst. Wenn du einen Autounfall hast beispielsweise und, ja, sag ich mal, am Ende im Rollstuhl sitzt zum Beispiel, dann fängst du an zu realisieren. Wenn du immer dich schlecht ernährst und jeden Tag nur Scheiße frisst und am Ende irgendeine Krankheit bekommst, die dich dann einschränkt, dass du dein Leben lang Tabletten fressen musst, dass du nichts mehr ordentlich essen kannst und so weiter, dann fängst du an das Leben zu schätzen. Aber du musst dir jetzt darüber bewusst werden, weil irgendwann mal kann es zu spät sein. Ich hoffe es für niemanden, aber es kann zu spät sein. Ja, und das ist halt diese schwierige Sache, auch wenn man in so einer Situation tatsächlich steckt, dass man dem auch gar nicht bewusst ist, dass es dann irgendwann auch wieder besser werden kann. Man ist halt in diesem Loch und man denkt, alles ist scheiße, alles ist dies und dann greift man zum Alkohol oder sonst was, um sich halt, wie gesagt, dem Bewusstsein zu entfliehen, sag ich mal, um sich zu lenken. So abzuwerfen, weißt du? Und das macht es halt im Endeffekt nur noch schlimmer. Richtig. Im Endeffekt, man muss sich mit seinem Problem konfrontieren und man muss einfach realisieren, hey, morgen ist ein neuer Tag, morgen habe ich neue Möglichkeiten, Besseres aus meinem Leben zu machen, Besseres aus meiner jetzigen Situation zu machen und das muss man dann in Angriff nehmen. Weil wie gesagt, diese Flucht, die man dann ergreift, ist in den meisten Fällen tatsächlich immer kontraproduktiv. Ja, 100 Prozent. Ja. Ja. Immer. Weil im Endeffekt ist ja nur die Flucht davor, dann vor deinem eigenen Verstand. Genau. Weißt du? Du hast Gewissensbisse, du hast Probleme, du hast irgendwelche Hürden in deinem Leben und dann greifst du zu Dingen, die dich irgendwie betäuben, mit denen du flüchten kannst. Das heißt, dein aktiver Verstand, der, der das Beste für dich möchte. Ich habe es immer so, dass ich sage, der Verstand ist in verschiedene Tappen aufgeteilt. Man fängt komplett an mit dem Unterbewusstsein. Das heißt, du kennst es ja, manchmal fährst du Auto und denkst, oh Alter, wie bin ich gerade überhaupt Auto gefahren? Ich habe so einen Gedanken, aber mein Unterbewusstsein hat nicht gesteuert. Automatisiert mäßig, genau. Automatisiert Auto gefahren, genau. Dann hast du dein Bewusstsein, was sage ich mal aktiv ist, wenn du so, wenn wir sprechen, das ist gerade ein aktives, das aktive Bewusstsein bei uns ist gerade aktiv, indem wir uns unterhalten. Ich denke gerade nach, was ich sage und so weiter. Und dann gibt es aber noch das höchste Bewusstsein und das ist so gesehen, das höre ich, würde ich das jetzt nennen, dass dich immer versucht, auf den richtigen Weg zu lenken. Das ist wie beispielsweise die Stimme von Gott, die versucht immer das Beste für dich zu sagen. Das heißt, ihr kennt es ja wahrscheinlich aus Situationen, wie du sitzt im Bett und du scrollst auf TikTok oder so. Und dein höchstes Bewusstsein sagt dir, Alter, du solltest aufhören, auf TikTok zu scrollen. Du solltest jetzt aufstehen, du solltest jetzt grinden. Du solltest eigentlich das machen, das machen, das machen. Aber dein Unterbewusstsein ist zu stark und die Stimme ganz oben ist so weit entfernt von dir und deinem aktiven Bewusstsein selber, weil du musst die Brücke erschaffen. Aber wenn dein hohes Ich komplett weit oben ist und dein Unterbewusstsein komplett weit unten und dein aktives Bewusstsein mit runterzieht, dann schaffst du es nicht, diese Stimme wahrzunehmen. Dann ist es so, dass dein Unterbewusstsein dir sagt, du scrollst auf TikTok, dein aktives Bewusstsein ist zu näher an deinem Unterbewusstsein als an deinem höheren Ich und deswegen ist diese Brücke, sage ich mal, so weit entfernt, dass du es nicht schaffst, mit deinem aktiven Bewusstsein dich aus diesem Zustand rauszuholen, zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich mache jetzt. Aber umso mehr du dieser Stimme bewusst wirst, umso näher kommt dein aktives Bewusstsein obendran, umso weniger unterbewusst lebst du im Leben, umso weniger passiv lebst du im Leben, umso mehr aktiv lebst du im Leben in Harmonie mit deinem höheren Ich. Und das musst du versuchen zu realisieren und das musst du einfach, darüber musst du dir bewusst werden. Du musst diese Stimme hören und wenn du diese Stimme noch nicht hörst und du schon so weit entfernt bist, dass du diese Stimme nicht hörst, die immer das Gute für dich will, wie geh ins Fitnessstudio, mach dies, mach das, irgendwelche Sachen, wo du weißt, dass sie gut für dich sind, du aber nicht schaffst umzusetzen, dann musst du dich da knallhalt durchprühen. Du musst diesen Schmerz durchleben. Das ist genauso wie, wenn du dich tätowieren lassen willst, mit, keine Ahnung, dem Namen deiner Mutter drauf oder sowas, dann musst du den Schmerz durchleben für die Liebe. Beispielsweise zu deiner Mutter, weil du möchtest sie auf deinen Arm vergewogen. Dann versuch auch, den Schmerz zu durchleben, in Liebe zu dir selber, zu Respekt zu dir selber, dass du selber weiterkommst und etwas machst und nicht dein Unterbewusstsein überhand lässt, über deinem Leben und dich dann kontrollieren lässt, dass es dich immer weiter in negative Sachen zieht, weil dein Unterbewusstsein nur darauf fokussiert ist, das Bequemste für dich zu tun. Das Überleben halt im Endeffekt. Überleben, genau. Und das ist halt, Überleben ist ganz einfach. TikTok scrollen, aufstehen, Kühlschrank auf, Packung, Wurst raus, Toasten, Toaster geschoben, und boom, fertig ist, du hast alles, was du brauchst und dann gehst du dir einen runterholen oder du hast eine Freundin und ja, diese Beziehung ist auch nur eintönig, weil wir setzen uns hin, wir schauen dann Netflix, wir gehen einmal die Woche vielleicht was essen oder sowas und dann gibt es nur noch Geschlechtsverkehr, ich kann mit ihr nicht mal ordentlich, sag ich mal, sprechen, meine Probleme kommunizieren, beispielsweise nicht unbedingt Probleme, jeder Mensch ist da für sich selber, ich bin auch nicht so der Typ, der seine Probleme kommuniziert, weil ich mir über jedes Problem bewusst bin und ich weiß, wie ich jedes Problem löse, nur gesehen, das heißt, ich bin kein Typ, der über Probleme so redet aktiv, aber dass du dich nicht mal austauschen kannst über andere Themen, weißt du, ich meine, sondern es ist immer so, dass da keine, keine Real Connection ist, sondern so eher, immer diese Eintönigkeit, sondern so, ja, okay, meine Freunde kommt jetzt vorbei, so und dann setzen wir uns hin, schauen Netflix, ja und dann Geschlechtsverkehr und dann habe ich schon gefühlt keinen Bock mehr und dann fresse ich eine Pizza und dann Hauptsache Penn, so ich will hier gar nicht mich unterhalten und was auch immer, so, weißt du, ich meine, so und das ist so, wie es halt bei den Leuten aussieht, aber wenn du aktiv lebst, wie ich es beispielsweise tue, dass ich aktiv lebe, dann habe ich Aktivkonversation mit Charlene, ich habe aktive Liebe zu Charlene, durchgehend die ganze Zeit, ich freue mich, sie zu sehen und so weiter, es ist nicht nur so dieses, oh ja, das ist meine Frau, sondern Charlene ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und das realisiere ich jeden Tag für mich selber noch einmal und immer mehr und das ist, weil ich aktiv lebe, genauso wie ich aktiv lebe und aktiv daran arbeite, immer besser zu werden, aktiv an meinem Business arbeite, aktiv immer darauf höre, was für mich das Beste ist, versuche auch, ich habe natürlich auch meine Probleme und meine inner Demons und die lassen mich niemals los, von der Vergangenheit bis jetzt sind die da, aber ich bin stärker geworden und ich bin immer im Battle mit denen und ich bin trotzdem, sage ich mal, jetzt so resistent geworden zu sagen, ich F euch, so nachdem, ihr könnt mir nichts mehr anhaben, ihr könnt nicht mich runterziehen, ich bin manchmal am Slacken und habe diese Probleme, wenn ich abends im Bett liege und lasse mich von Negativität wieder überlaufen, die gar keine Daseinsberechtigung hat, aber ich bin jetzt so stark geworden beispielsweise, dass ich immer schaffe, bumm, es zu switchen, diese Probleme gehen niemals weg, Depression oder was auch immer, gehen niemals weg, du lernst einfach nur, damit besser umzugehen, so, und das ist es, ne? Ja, das war echt sehr gut gesagt, Digga, ja, ja, heavy, holy shit, holy smokes, ein bisschen abgedriftet, Ja, dieb reingegangen, ja, aber das ist auch im Endeffekt auf einer gewissen Art und Weise so mehr oder weniger die Erfolgsformel auch, vom Fehlern anderer auch zu lernen und das auch anzunehmen, ja, 100 Prozent. Gut, und dann würde ich sagen, führe ich einfach mal weiter fort mit einem anderen, sage ich mal, Business Pillar, was notwendig ist und das wäre jetzt in dem Fall, dass du nicht alleine bist, ähm, nicht alleine bist in dem Sinne, dass du, du brauchst nicht den Lonely Wolf spielen, du brauchst nichts zu tun, als wärst du the biggest hustler und ich gehe drei Uhr nachts alleine joggen und so weiter, also das wird dich alles nicht, äh, voranbringen, sondern du kannst mit einem Team etwas machen, du kannst Leute, du kannst Leuten helfen, so zu denken, du kannst Leute aufbauen oder du kannst mit Leuten, die auch schon auf dem Level sind, wo du sind, vielleicht sogar weiter, kannst du dich connecten, mit ihnen zusammen was machen und so weiter, von diesen Leuten lernen und so weiter, du bist nicht alleine und du brauchst noch nicht voreingenommen sein und zu denken, dass du alles alleine tun musst und alleine alles lernen musst, jemand hat das Fahrrad schon vor dir gebaut und du wirst kein neues Fahrrad bauen können, weil du möchtest im Endeffekt ein, ein Vehikel bauen, welches auf zwei Rädern fährt und dann ist es ein Fahrrad, so oder so und dann brauchst du nicht versuchen, irgendwie deine eigene Klapperkiste da zusammenzubauen, sondern du kannst schon auf dem Gerüst von jemand anderem bauen und das ist auch eine gute Business Lesson dafür, dass man einfach lernen muss, auch von anderen etwas anzunehmen, von anderen Hilfe anzunehmen, von anderen zu lernen, wie ich gerade auch gesagt habe, dieses Lernen aus meinen Fehlern, aus meinen Traumata, du musst es nicht erleben, genau das gleiche auch in jeder Business, so gesehen, in den Thematik, mit jedem Skill und so weiter, kannst von anderen lernen, du kannst Networks join, du kannst Communities join, du kannst dich mit Leuten connecten, die dich inspirieren und so weiter und versuchen da Freundschaften fürs Leben aufzubauen und so weiter oder Freundschaften beziehungs-, äh, businesstechnisch und so weiter, du kannst es easy machen, so, weißt du, ich war auch zu sehr locked in damals, dieses, ich mach's alleine, ich mach's alleine, ich bin Lonnie Wolf, genau, man kann's auch alleine machen, aber nur bis zum bestimmten Punkt, das ist halt der selten Punkt, richtig, aber es ist auch, sag ich mal, nicht unbedingt so notwendig, das alles bis zu einem bestimmten Punkt allein zu machen, weil, wie gesagt, dieses voreingenommene auch Thema Wissen, so, ah, das weiß ich ja alles, das kenn ich und das kenn ich und, äh, da braucht ihr mir nichts erzählen, was will ich mir da sagen und so weiter, so, nein, so, diese Leute, die weiter sind als du, die können dir auf jeden Fall was erzählen, sonst wären sie nicht weiter als du, genau, so, also, mehr oder weniger, so, ne, ist klar, manche Leute, sind Leute, die nehmen einfach nur einen Crypto Bullrun mit und denken dann, die sind die größten Experten beispielsweise, ähm, und, manche Leute erben Geld oder sowas und, nur weil sie dann in der Hinsicht weiter sind als du, finanziell gesehen, heißt es dann nicht sofort, dass sie dir etwas geben können, so, aber, wenn du merkst, diese Leute sind beispielsweise, ähm, haben einen Podcast und du siehst, wie diese Leute sprechen und das inspiriert dich und du kannst davon etwas mitnehmen, dann nimm das auch an und lern davon und sei nicht voreingenommen und sag, ja, das erzählen die hier nur und reg dich dann darüber auf oder sei neidisch und empfinde Neid und dies und blau und jenes, sondern nimm doch einfach mal an, was die Leute sagen, wenn es wirklich Sinn ergibt, weißt du, und vor allem am Anfang ist das sehr, sehr hilfreich, so, also, ich sage es immer wieder, ich würde mir wünschen, dass solche Videos, wie wir jetzt beispielsweise produzieren, über das Leben, über die Psychologie, über Business, über, beziehungsweise so ein Podcast oder solche Vlogs und so weiter, wie die Reality eines Unternehmers aussieht oder von Unternehmern aussieht, ähm, dass ich sowas schon früher hätte sehen können, das hätte ich mir gewünscht, beziehungsweise würde ich, wünsche ich mir jetzt, dass ich das früher schon gesehen hätte, weil es einfach die Realität aufgewiesen hätte und dann hätte ich mir viele Kopfschmerzen, Probleme ersparen können und vielleicht sogar wäre ich dann in Zukunft nicht in Depressionen gefallen, wo ich dann Geld hatte und dachte dann, das Leben sieht so aus wie auf YouTube oder sowas, ne, oder das Leben sieht so aus, wie man es kennt, wie es einem die Leute praisen, so gesehen und dann hast du das Geld und das Leben sieht gar nicht so aus, beispielsweise so, dass, dass man das sieht, weiß ich nicht mehr, weil, wer sagt, du hast Geld, schön und gut, cool, aber wer erzählt dir, am Ende, dass, wenn du das Geld dann hast, dass du trotzdem weitergehen musst, weil du sonst in ein Loch wiederfällst, alle Leute verkaufen dir den Dream, hab Geld, hab Geld, hab Geld, aber wenn du am Ende dann es schaffst, das Geld zu verdienen, stehst du alleine da und bist depressed wieder und, äh, hast wieder dieselben Probleme, weil du nicht im Einklang mit dir selber bist, weil du dich selber nicht verstehst, viele Leute machen sich lustig, darüber im Einklang mit dir selber und so ist auch, das Lowkey Cringe auch Leute, das ist so übergreifend, denn Leute, die dann auf, äh, Psychedelika in, äh, in Thailand chillen und versuchen, oh ja, im Einklang mit dir selber zu sein und so weiter, ähm, aber das stimmt, du musst schon so glücklich sein, sonst wirst du nicht mit dem Geld glücklich und das praise keiner, keiner sagt es dir, weil Leute wollen dir den Dream verkaufen, aber nicht die Realität, keiner bringt dich dazu, selber zu denken, keiner bringt dich dazu, deine eigene, deine eigene Individualität auszuleben, keiner bringt dich dazu, alle wollen, dass du so bist wie sie, wenn du so sein willst wie ich, ich hab das gemacht, ich hab das gemacht und du kannst das auch, aber nein, Digga, lebe so wie du willst, lebe du nach deinen eigenen Wünschen und es gibt dazu ein paar psychologische und unternehmerische und menschliche und beziehungstechnische und körperliche, sag ich mal, Pillars, die für jeden gelten und das ist das, was man lehren sollte, nicht, ey, mach das und du wirst so wie ich, sondern, du brauchst das, 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 das und dann hast du dein eigenes Leben, so wie du es willst. Genau. Und das ist das, was man praisen sollte, meiner Meinung nach, ne? Ja. Und ja, das hätte ich gerne damals früher schon gehabt, weil wir das jetzt so tun und wir das schon die ganze Zeit so tun. Jetzt nicht nur jetzt öffentlich hier, sondern auch schon in Superior Life intern die ganze Zeit und davor schon überall immer, ne? Ja. Egal, wo man drin war. Ja, vor allem, das öffnet auch einem den Horizont halt vor allem relativ früh, ne? Wenn man sowas sieht, so Podcast beispielsweise, sieht von Leuten, die dann erzählen, dann realisiert man erstmal, okay, was ist möglich, wie denkt er, warum denke ich überhaupt nicht so? Warum bin ich noch immer in diesem Film festgefahren, Digga, ich muss jetzt Geld ballern, damit ich irgendwie im Club feiern kann und flexen kann und warum redet der von, ja Digga, wenn du Geld hast, dann mach dich das nicht glücklicher. Richtig. Was ich meine und alleine dieser Gedankenanstoß lässt dich dann sozusagen auch weiterdenken und reflektieren und dann vielleicht schon rechtzeitig, frühzeitig erkennen, okay, vielleicht muss ich jetzt schon was an meiner Denkweise ändern. Genau. Denn sonst, wie gesagt, mach dein Geld und verfälst diese Party-Szene oder sonstiges, ja, und ja, dann ist das Ganze wieder wasted. Aber warum ist das so? Weil die Leute das falsch praisen, wie ich gerade gesagt habe. Die Leute praisen, sei so wie ich, sei so wie ich, mach dies, mach das, mach jenes. hab zehn Bitches um dich rum im Club, hab keine Ahnung was, weißt du, also dieses oberflächliche Triebe-Leben, dieses passive Leben, weißt du, so dass du, du musst mit zehn Frauen schlafen, damit du erfolgreich wirst, wie es beispielsweise Andrew Tate prayst, eine Sache, wo ich mit ihm beispielsweise so, wo ich extrem gegen gehe oder beziehungsweise extrem nicht der Meinung bin. viele Sachen, die er sagt, sind gut, aber das ist ein Thema, was viele Leute auch einfach nur irreführen wird. So, weil du willst irgendwann mal Geld haben, dann hast du diese ganzen Braindead, äh, seelenlosen Puppen um dich herum, voll gespritzt, die dann rumlaufen wie keine Ahnung was und du denkst dann, du bist der größte Macher, die sind aber einfach nur mit dir wegen Geld, aber dein Charakter, deine Persönlichkeit interessiert keinen und du bist trotzdem nur eine leere Seele und dann, ja, hast du mit diesen Menschen Geschlechtsverkehr und so weiter und denkst, du hast irgendein Accomplishment gehabt, dabei bist du einfach nur vor der Realität geflüchtet. So, wieder, wieder einmal vor der Realität geflüchtet, anderweitig, halt nicht dann, äh, du bist broke und ich bin eine Alkoholiker oder drogenabhängig, was auch immer, sondern ich bin jetzt rich und ich flüchte aber vor der Realität, dass, äh, ich eigentlich Erwicklung, Fortschritt und weiter anstreben sollte, immer weiterkommen im Leben und dies und blau und jenes, aber ich flüchte lieber, indem ich jetzt im Club flexen gehe und mir Zuneigung hole von Leuten, die eigentlich nur eine Sache, sage ich mal, an mir bewundern und das ist mein Geld, weil diese Leute genauso dumm sind und nur an Geld denken, weiß ich meine und da fällst du wieder in das nächste Loch und das ist das Problem, weshalb ich dann auch beispielsweise, äh, praise, so wie die Realität ist, nicht, weil es meine eigene Realität ist, sondern weil es einfach objektiv betrachtet so ist, ähm, hab den Partner fürs Leben, finde diesen Partner fürs Leben, ich glaube an Schicksal, ich glaube an Liebe auf den ersten Blick in dem Sinne, weil ich es mit Charlene so hatte, und ich bin mir auch sicher, dass viele andere Leute es so hatten und man das für sich nutzen sollte und für sich in Betracht ziehen sollte, weil das viel schöner ist, vor allem in einem, in einer Journey, wo du gehst, ganze Zeit konstant, dann einen Partner zu haben, mit dem du das ganze Leben aufgebaut hast, mit dem du alles gemacht hast, was ging und nicht, weil du, ja, ich setze mich jetzt fest, sondern weil du wirklich liebst, weil du wirklich für diesen Menschen sterben würdest, weil du wirklich alles tun würdest, weiß ich meine, vom Herzen aus, nicht weil es die Gesellschaft sagt, ich würde alles tun, sondern weil du es wirklich selber tun willst, weil es, weil es ist, eine andere Realität existiert für dich nicht, so gesehen, weil, weil du es einfach spürst, ich kann es nicht, wie soll ich das erklären, wie soll ich jetzt meine Liebe erklären, weiß ich meine, es funktioniert nicht, es ist, es ist ein schwieriges Thema, aber ich sage einfach nur, dass es existiert und es gibt es und ich bin nicht der Erste, bei dem es so ist und nicht der Letzte und man sollte das für sich verstehen und nicht einfach deswegen abschließen und einer falschen Realität hinterherjagen, weil eine liebende Familie aufzubauen mit einer Person, mit der du alles andere aufgebaut hast, nichts Schöneres gibt es, also für mich ist Endgoal am Endeffekt Familie mit Charlene so gesehen und also der Endgoal, jetzt neben Business und Fortschritt und blablabla, ist der Endgoal ja, eine Familie zu gründen, unglücklich zu sein und mit Charlene meine Kinder aufwachsen zu sehen und so weiter, weißt du, und was gibt es da Besseres? Ja. Und ja, deswegen auch da schauen, dass man auch da die richtigen Prinzipien und sowas verfolgt, nicht einfach nur das nächste Loch sucht, in das man stopfen kann, weil die gibt es genug, sondern wirklich etwas fürs Leben zu finden, um danach damit nachhaltiges Glück zu kriegen. Weil wenn du 40 im Monat, so muss man glaube ich zensieren, dann wirst du so nicht glücklich. Wenn du irgendwann mal dann 40, 50 bist oder sowas und dann im Bett liegst alleine und keine Kinder hast, weil du ein ganzes Leben lang nur rumgekommen bist und irgend so ein Shit gemacht hast, wo ist das Leben? Wo ist dieses Retirement-Glück? Du schaust zurück mit einer Person, mit der du alles aufgebaut hast und realisierst, wie weit ihr gekommen seid, zusammen auch, weiß ich meine, und lernst es so, sag ich mal, auch wieder kennen, dieses Gefühl so zu, ich kann das ja jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen, weil ich kann mit Charlene jetzt schon darauf zurückschauen, was wir aufgebaut haben, was wir gemacht haben, durch was wir gegangen sind, was wir durchlebt haben und so weiter. Aber wie ist es dann in 50 Jahren oder so? Ich kann mir das gar nicht erklären, wenn wir dann Kinder haben und so weiter, weißt du? Und das ist auch so ein Thema da, was halt das Ding ist, die Leute sind nicht bereit, den Grind zu gehen, auch in Beziehungen, in der Liebe, den Grind zu gehen. Weißt du, ich liebe diese Frau und dann, ja, aber du bist nicht bereit, der Frau zu helfen, sich zu verändern. Die Frau ist nicht bereit, dir zu helfen, dich zu verändern. Ihr seid nicht bereit, gemeinsam zu wachsen. Ihr seid nicht bereit, zu kommunizieren. Ihr seid nicht bereit, Schmerzen zu durchleben und trotzdem weiterzugehen. Wie ist es denn? Meine Freundin fuckt mich ab. Oh, Alter. Ich gehe in den Club, Alter. Und es ist auch so. Es ist immer dasselbe. Meine Freundin hat Schluss gemacht und anstatt, dass man sich darüber, sag ich mal, unterhält oder irgendwas, ist das der einfachste Ausweg. Und dann, ja, gehen mit meinen Kumpels in den Club und reißen die Note wieder auf. Weißt du? Oder einfach auch schon mit deinen Kollegen darüber reden. Boah, meine Freundin, die fuckt wieder ab. Ich habe keinen Bock. Jetzt gleich nach Hause. Ja, aber red doch mal mit deiner Freundin darüber. Richtig. Red doch mal mit ihr über und schaff mal diese Probleme auf der Seite. Findet Kompromisse. Richtig, richtig. Auch da, lösungsorientiert denken. Genau. Und nicht einfach den einfachsten Ausweg nehmen und dann Dampf ablassen beim Kollegen. Macht auch keinen Sinn. Hilft auch keinem weiter. Eben. 100 Prozent. Und ja, die Leute sind nicht bereit, diesen Grind, sag ich mal, zu tun dafür. Es erscheint denen aber dann auch zu wenig wert. Aber das wird wahrscheinlich wiederum daran liegen, dass die Leute halt entweder nicht die richtige Person haben und halt wirklich nicht wirkliche Liebe ist, sondern nur Gewohnheit oder sowas. Oder dass die Leute halt einfach wieder, ja, nur in Trieben denken. Nur gesehen, ne? Und das ist halt bei den meisten so, ne? Ja. Und man muss halt natürlich harmonieren und so weiter. Das ist alles offen und du kannst nicht mit jedem einfach so eine Beziehung eingehen, nicht mit jeder Person, wo du denkst, dass du sie liebst, sondern wie gesagt, man spürt es einfach, dass es real ist, dass das das Wahre ist und ich wünsche es jedem und jeder hat diese Chance im Leben, bin ich fest davon überzeugt, weil es im Endeffekt das ist, was am meisten glücklich macht, was ich dann auch realisiert habe, weil ich es geschafft habe, dadurch auch aus Situationen zu kommen, wo ich dann depressiv war und so weiter, dann trotzdem immer, wo ich dann mit ihr war oder mit ihr geredet habe und so weiter, dass es mir immer wieder geholfen hat oder dass ich immer wieder trotzdem mit ihr glücklich war, auch in diesen negativen Zeiten, die mich extrem geprägt haben, dass das dieses einzige Positive in meinem Leben war und es bis jetzt, sage ich mal, immer noch größtenteils ist, weil ich es für sie tue. Sie war an meiner Seite, wo ich am Boden war und sie ist jetzt immer noch an meiner Seite und es gibt keinen, für den ich das mehr so gesehen will, als dass sie keine Kopfschmerzen hat, dass sie sich keine Sorgen macht, dass sie keine Probleme hat und so weiter, sondern einfach nur ihr Leben leben kann, weil sie mir geholfen hat, aus dieser Zeit rauszukommen, gibt es nichts mehr, was ich einfach nur zurückgeben kann. Weißt du, deswegen ist auch Shalim für mich Priorität Nummer eins. Leute würden sagen, du bist verrückt, aber für mich ist Shalim Priorität Nummer eins in der Hinsicht, dass sie steht über meiner Mutter für mich, sie steht über meiner gesamten Familie für mich, sie steht über jedem einzelnen Menschen für mich, weil ich das weiß, es ist nicht, ich bin nicht blind vor Liebe und ich habe rosa-rote Brille auf, ich spüre das, ich bin nicht dumm, ich habe viele Menschen, ich bin ein Mensch, der Psychologie kennt, ich weiß, ich bin nicht gewöhnt an sie, ich weiß, dass sie mich nicht, sage ich mal, emotional manipuliert, so wie es andere Frauen tun und so weiter, sondern ich spüre das. Das ist meine eigene Entscheidung, so wie ich sie getroffen habe und wie gesagt, ich bin wunschlos glücklich damit, und ich wünsche es jedem. Ja. Ja. Das ist es. Ja, und ich glaube, das ist ein guter Endpunkt, würde ich sagen. Endpunkt, heavy, ja. Ja. Endpunkt, crazy. Geil, war heftiger Talk noch, auf jeden Fall. Heavy, shit. Und ich vergesst, dass wir Podcast filmen. Ja, und ich glaube, wir müssen auch gleich schon los, der Flug geht ja nachher. Genau, genau, genau. Gut, Freunde, wir müssen jetzt Flieger chartern. Danke, dass ihr alle am Start waren, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr von diesem, sage ich mal, jetzt weit ausgeholten Podcast in wilde Themen rein, vom Business bis hin zu eigenen persönlichen Erfahrungen, Unconditional Belief und dann letztendlich noch zur Beziehung, dass ihr davon etwas mitnehmen könnt. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, gebt Gas, weil das, was euch zusteht und wir sehen uns spätestens im nächsten Podcast. Macht's gut. Haut rein. Ha, ha. Drei Insurd, wir sehen uns spätestens in Wiesk $10, Und dann auch eine andere Wiesk $10,